Hallo und herzlich Willkommen in Ullis Backstube. Heute machen wir ein Paket und was zurzeit ganz wichtig ist, ist Moor. So, wenn wir soweit sind, dann können wir anfangen. Wögel herren, Pfeile in einem Kupf und Abfangen. So, dass ich an den Pfeile repte bin, dann auch die kleine Pfeil der Vörter. Die Kupfer werden mit einem Kupfer verwendet. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.